Hi, in der dieswöchigen Fotoherausfolgung mit dem Titel Matchday müssen wir einen 1992er Toyota Supra 2L GT am Estadio José Aguilar in Guanajato fotografieren. Das ist das Baseballstadion hier quasi mitten im Ort. Hier ist Guanajato hier im Norden der Karte. Hier rechts unten befindet sich das Baseballstadion, da wo ich jetzt stehe. Da springen wir fix hin und dann machen wir ein Foto mit eben diesem Stadion und damit ist die Fotoherausforderung abgeschlossen für diese Woche. Ich hoffe es hat euch geholfen, würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, ciao.